...möglich Matchmaking hat. Okay, gleich haben wir es das gleiche soweit. Wir sind hier runter wieder. Oh, er holt sich schon eine Waffe, ja du Arschlerkind. Oh, hier fliegen, hier machen das viele wie ich, die fliegen hier gerade noch alle. Oh, es geht los. Oh. Ich hör's. Wuuuh. Und da, wie jetzt geht's los. Uiihihi. Da ist sie ja, die große Hand. Hier sind ein Haufen Spieler drum herum. Uiihihi. Und die Ketten. Da ist Pandora's Box. Sieht schon verdammt cool aus. Und er wird schön raufgeschossen. Ich kletter mal hoch. Kommen wir hier hoch? Irgendwie muss man hier hochkommen, um diese Ketten abzubauen. Ah, die Leute bauen sich da hoch. Alle hinterher! Wie die alle auf die Box einhauen. Oh, das macht sogar Schaden. Jo, das Event beginnt. Alle die Box abbauen. Die sich hier alle versammelt haben. Okay, gut. Und dann gibt es immer so einen Ausschlag, was sich die ganzen Kills abholt. Aber das war ein cooles Mini-Event. Okay, gut.